Moin, mein Name ist Albert Kreuzer, ich bin 19 Jahre alt und Athlet bei Bayer Oedingen und ich laufe die 110 Meter Hürden. Ich komme ursprünglich vom Skirennfahren und mache, seitdem ich 13 bin, Leichtathletik und bin jetzt sechs Jahre bei Bayer. Meine größten sportlichen Erfolge waren der zweite Platz bei den Hallenmeisterschaften in der U20 und der sechste Platz bei den Männern als U20-Athlet letztes Jahr. Meine nächsten sportlichen Ziele sind die U23-JM dieses Jahr und danach geht es nach Amerika, um mein Studium mit meinem Sport zu verbinden. Meine nächsten sportlichen Ziele da, da werde ich schauen, wie ich mich sportlich entwickle und hoffe auf das Beste. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Nominierung zum Sportler des Jahres von der WZ und hoffe auf eure Unterstützung.